So, heilliche meine Lieben, beziehungsweise, ja, diese Video wird da jetzt nicht gelistet hochgeladen, heilliche meine Lieben von den anderen Gamers und den anderen Leuten, denen ich das Video schicken werde, und zwar habe ich mir folgendes überlegt, vorhin, dass ich so, ähm, die beiden noch am LRN war für die Prüfung, also für die schriftliche Prüfung, für die schriftliche Fahrprüfung, habe ich mir überlegt, es ist ja in zwei, in rund zwei Monaten, ist es ja soweit, dass der Kanal Kleinkun, ähm, ich muss noch gerade angucken, was es genau war, ich habe mir das immer noch nicht gemerkt, ja, fünf Jahre, ähm, am 2.8. genau, wird, wird er fünf Jahre alt, der Kanal, und zwar hat er in dieser Zeit einiges durchgemacht, und da dachte ich mir, so könnte man ja, ein Teil 2 geteiltes Special machen, und zwar möchte ich als erstes erstmal einen 12-Stunden-Stream machen, an, nicht unbedingt am 2.8., weil das ist, ähm, äh, ja, das ist, obwohl das ein Sonntag, dann könnte ich, könnte ich dann 12-Stunden-Stream machen, also ein Sonntag, gut, wenn das ein Sonntag ist, dann, dann am 2.8. 12-Stunden-Stream von 12 bis 0 Uhr, und, also es wäre dann auch mal eine erste 12-Stunden-Stream, den ich je gemacht habe, wo den machen würde, und zweitens würde ich gerne, ja, sowas ähnliches machen, wie den Jahresrückblick vorgesehen, bloß, dass halt, ähm, na, wer Lust hat und mehr mitmachen möchte, so ein bisschen schildert, oder, oder erzählt, was er so alles in den fünf Jahren erlebt hat, und bei allem speziell natürlich mit dem Kanal hier, und, äh, was dann während der Zeiten, der in den Kanal beigetreten ist, so alles passiert ist, muss nicht unbedingt so privat sein, sondern man kann natürlich auch sein, was ein eigener Kanal betrifft, und, äh, was ich, was alles, worüber er halt reden möchte, und, ähm, ähm, außerdem werde ich noch, äh, so bedeutsame Projekte von dem Kanal werde ich dann noch hinten dran machen, und so ein paar Ausschnitte reinmachen, äh, wird zwar jetzt nicht so sonderlich geil, vielleicht schneiden, weil ihr wisst, ich kann jetzt natürlich kurz schneiden, aber, ja, aber halt so, so ein, so, was wie halt das 4-Jahres- oder 3000-Videos-Special, bloß, dass nicht jedes Video, äh, jedes Projekt vertreten sein wird, sondern nur ein Ausschnitt, also, eigentlich schon ein dreigeteiltes Special, zwölf Stunden Stream, dann so ein paar Erzählungen von mir und den anderen Leuten von den Antenna-Gamers und vielleicht auch ein paar andere Leuten, die mitmachen möchten, da frage ich einfach dann mal rum, und, drittens, äh, so ein, so ein Projektrückblick, also, so ein, so, von den bedeutsamsten Projekten, vielleicht, dem ersten Let's Play oder, oder dem, dem erfolgreichsten Let's Play und den ersten Begimaker-Spiel und so weiter, und, äh, Projekte, die mir besonders in Erinnerung geblieben sind und die, äh, ja, halt, ne, und sowas, ne, und, ja, würde ich dann wohl so machen. Dieses Video wird jetzt jedenfalls hochgeladen und, äh, wird erstmal in die Antenna-Gamers-Gruppe gepostet, und da sehen wir, als die daran teilnehmt, und, ich würde mich freuen, wenn ein paar mehr Leute abgeben, als das mal bei den Jahresrückblick, da waren ja nur, da, da, na gut, da hatte dann, da waren wir dann sowieso nur die gewesen, die kennen, die kennen Leute gewesen, die da, halt, so mitmachen. Und, weißt du, ob Markus die Summe Zeit hat, ich mein, der hat ja zwei Monate Zeit, der wird ja hoffentlich Zeit finden, da mal was aufzuleben. Jedenfalls cool, wenn wir alle, alle mal was abgeben könnten, das wäre cool. Na gut, ich würde sagen, wir sehen uns dann, später, wenn ich den ganzen Kamen dann mache. Und, ja, da sehen wir, ob das mit einem 2-Stunden-Stream klappen wird, weil, das ist immer noch eine Sache, ich wohne immer noch bei meiner Mutter, und, ob ich da wirklich 2-Stunden-Durch ging, nicht dann am Streamen sein kann. Und nicht, dass ich zum Beispiel mal was machen muss, sondern auch, oder, dass mich der Hunger, äh, irgendwo was da, äh, kaputt macht, ne? Ja gut, ja gut, Leute, wie sehen wir uns dann? Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen.